Hallo und herzlich willkommen, ihr knifft da draußen zum weiteren Battlefield 1 Multiplayer-Gedöns, gerade erst gestartet, aber ich habe in letzter Zeit mehr so ein, so ein, so ein, ach scheiße, das ist Premium, kann ich da trotzdem drauf, ach ihr seid doch kacke, ähm, ich suche ja immer, ähm, Spiele mit nicht so viel Größe, ja, ich hasse das, wenn da zu viele sind, ähm, ja, hier gehe ich, hier in Rush, auch okay. Ähm, ich habe keinen Premium Pass, äh, weil ich da noch nicht den Sinn hinter sehe, ja, ähm, mir das zu kaufen, weil, ach, ich weiß nicht, ich habe für so viele Spiele habe ich irgendeinen Premium Pass gekauft und, äh, war dann eigentlich immer nur enttäuscht, ja, und, ähm, ob ich da jetzt vier französische Maps habe oder so, oder in, in, in Frankreich fällt der Eiffelturm um, das ist, glaube ich, egal, wenn es mal losgeht. Ich habe, ähm, mich jetzt doch wieder auf ein, ähm, hier so ein Fünf-Schuss-Gewehr versteift, ähm, weil ich gemerkt habe, damit mache ich echt gut Kills, ja, also pro Runde sind da auf jeden Fall so die 20 Kills ungefähr drinne. Und, ähm, gestern Abend zum Beispiel, äh, ja, kein Trupp verfügbar, geil. Oh, 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 sind ja gar keine Leute da. Ja, das ist natürlich, ich muss noch, erziele 10 Kopftreffer mit dem selbstgeladenen Gewehr, hab ich die gestern einfach alle nur so getötet? Ist natürlich auch bescheuert, da brauche ich hier erstmal gar nicht hin, ja, zurück ins Hauptmähl. Das macht natürlich keinen Sinn, so ein leeres Bild. Ach, Mensch, wenn das da. Ich hätte, ich hätte starten sollen, wenn ich drinne bin. Egal, sind schon mal 100 MB weg für nichts. Hallo? Spielmodi, Rush, Feuerschaft, Kriegstauben hab ich noch gar nicht gespielt. Mach mal alle rein. So. Äh, danke, Dice. Ihr Fickfotzen. Karten sind mir egal. Ähm. Ähm. Nehmen wir doch. Jetzt will ich nochmal die Spielmodi. Eroberung raus, Frontlinie raus, Kriegstauben raus. Ich spiele eigentlich immer nur Rush und Feuerschaft. So. Ist der hier mit dem besten Ping, ne? Darauf geschissen. Rein da. So. Ich hab leider einen schlechten Ping. Das ist, äh, bei allen Online-Games so. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das geht mir auch tierisch auf Säckle. Aber jetzt sollte es gleich mal knallen hier. Oh. Hat schon. Ich hab sogar noch einen Trupp-XP-Boost. Ich will zu Albert. Ab in Albert. So. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. So. Ähm. Ich nehm jetzt grad mal wieder mit der Bandycam, äh, oder mit Bandycam auf. Obwohl ich eigentlich, äh, in letzter Zeit immer nur Shadowplay benutzt habe. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, du Fotze. Okay. Erstes Spiel des Tages. Kalte Hände. Hab ein bisschen Nachsehen. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Ich hab die alle hier rübergerusht, ey. Hätt ich doch gleich mal kaputt gemacht. Oh. Ach, komm, hör doch auf. Oh. Ach, von hinten. Oh, erst reinkommen, erst reinkommen, erst reinkommen. Ist irgendwie so dunkel. Warum ist das so dunkel? Das macht so viel Spaß, gleich zu krepieren. Wir haben Einsatzziel Berta verloren. So. Da nochmal rein. Ich werde mich daran achten. Vorsicht jetzt. Wir haben Einsatzziel selber erobert. Okay. Also der Anfang ist gerade richtig, Noob-like. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Ja, komm, jetzt lass mich da rein. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Oh. Wir haben Einsatzziel Berta erobert. Das ist dein Fall. Ich hab... Oh, nein, 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 nein. Kniff mir ab, kniff mir ab. Ich hab ihn doch erwischt. Warum stirbt er denn nicht? Oh, was ist denn hier los? Ohne Scheiß, Leute. Ich schwör's euch, gestern tausendmal besser. Diese Kacke hier. Läuft ja gerade gar nicht rund. Das ist nämlich das Ding, wenn man... Ähm... Wenn man zu viel will. Na, ich bin jetzt hier mit der Intention reingegangen, dass es... Genauso gut läuft wie gestern Abend. Ah. Es blendet mich. Da liegt doch mein Typ direkt davor. Ja. Jetzt, ne? Ich hab auf den geachtet und hab gesagt, da wird ja keiner davor sein. Das ist ja Quatsch. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Ja, okay. Zwei werd ich jetzt mal mitgenommen, obwohl ich ja hier in einer... Ach, die haben alle nicht so viele Kills. Ja, großartig. Läuft hier bei uns. Läuft. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Das krieg ich hier gerade aufs Maul. Wir verlieren. Ja, ja. Das hab ich schon wahrgenommen. Das Ziel Albert verloren. Ich hab der Gradate. Wolle ich mir von der Seite. Das ist ja abgehauen, der Wichser. Komm, ich krieg dich hin, Junge. Das kann echt nicht wahr sein. Okay, diese Runde kann man auch getrost löschen. 88 zu 54. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Ich werfe der Granate auf, passen! Augen auf, die Gäser! Der Gäser ist unterwegs! Oh, komm! Da braucht jemand Erste Hilfe! Alter! Wollt ihr mich eigentlich alle hier rollen? Hier geht es gerade tierisch auf die Fresse, aber sowas von 95 zu 60. Alter! Die werden jetzt zu weh laufen. Okay, den habe ich. Aber ist der nicht umgefallen? Der war schon tot. Das kann man natürlich jetzt nicht zählen. Ja? In der nächsten Runde werden die Punkte gezählt. Was war denn das gerade? Warum ist es denn auch kein Rush? Warum ist es vorher? Das ist auch Kacke. Egal, ich suche gerade Ausreden. Das war einfach schlecht. Ja. Zu Recht. Cooler Typ. Ich beende das mal, weil ich spiele doch lieber Rush. Ja? Mit Stationen sprengen. Weiterkämpfen. Das ist mir zu brutal. Das ist zu hart. Das kann ich nicht. Mit meinem Gewissen vereinbar. Wenn wir mal weitergehen. Ja, danke. Da ist Rush denn doch lieber Rush. Ja. Besser, besser ist das. Ja, ich habe noch ein Paket. Ja, kann man ja auch. Kann man ja auch noch. Obwohl ich mit den Skins noch ganz gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, ob man die großartig braucht. Ja, toll. Hat man halt so etwas Goldenes. Oh, ist Spethel. Ja, zumindest ein Teil zuführen. Zurück. Schabiel wird geladen. Ich habe jetzt eine neue Grafikkarte drin. Die 1070 Ti. Und, ähm, oh, toll. Ist auch gleich schon zu Ende. Und mit der 1070 Ti, ähm, äh, 1070 Ti GTX. Mit der GTX 1070. Ähm, läuft das Spiel hier äußerst rund, muss ich sagen. Oh, hat er nachgeladen. Äh, von wo denn? Granaten. Ah, fuck you. Da vorne ist ein, ist ein Mörser-Beschusstyp. Na ja. Von wo wolle ich sie da komme. Aber hier gibt es auch noch einen Krieg, habe ich gehört. Ey, das ist auch so eine Sache bei Battlefield, ey. Fuck, ey. Dass die, dass die Gegner so viel Energie brauchen. Oh, der steht unter Beschuss. Überlebt das noch? Überlebt das noch? Nein, nein, nein. Er war doch gerade frei. Er war doch gerade frei. Komm, lass mich da noch mit rein, Junge. Jetzt rein. Boah, darf die nicht mehr auf den Schießen. Läuft nicht so rund. Gerade. Aber wir haben gewonnen. Also es ist aber für mich gerade überhaupt nicht. Vielleicht sollte man nicht so früh morgens direkt nach dem Aufstehen sowas spielen. Außerdem ist mein Kaffee leer. Was soll denn das? Ah, was? Ich habe mir doch eine verdient. Nein, Quatsch. Man muss auch echt mal sehen, ey. Ich bin erst Level 20, ne. Das ist, äh. Die ganzen 70er, 80er. Ich komme ja so pöpö rein. Ich bin ja echt eben gerade erst gestartet. Also ich komme so pöpö in dieses Spiel rein, in Battlefield rein. Ich kenne jetzt so langsam ein paar Maps. Ich weiß trotzdem nicht, wo die krassen Sniper sitzen. Weil es ist ja auch echt viel Sniperfield. Ich bin ja schon eher so der Typ für den Nahkampf. Aber ich finde die Maschinengewehre irgendwie blöd. Ich hätte lieber irgendwie so einen Einschuss und dann sind die Wichser totgewehr. Ja, so AWP-mäßig bei CS. Ich meine, klar gibt es da, dass man nochmal ein zweites Mal schießen muss. Ähm, aber das hätte ich gerne so wie die K98 früher in anderen Spielen. Ähm, so. Brr, brr, brr. Und dann liegen die. Ja. Obwohl, das Ding hier mit diesem Fünffachschuss gefällt mir eigentlich schon echt ganz gut. Das Nachladen ist ein bisschen lahm. Ja. Also mir gefällt die echt ganz gut. Ich habe da ja auch noch andere. Ich habe ja auch Selbstlader Meisterschütze. Müsste ich mir mal angucken. Selbstlader Meisterschütze ist die hier. Da habe ich sicher die Vergrößerung zu krass gemacht. Nö, habe ich gar nicht. Nehmen wir mal mit Visier. Wie stark ist denn die? Gegenüber der... Oh. Die ist besser. Freischalten. Probieren wir die doch mal aus. Dreifach reicht. Oh, es geht schon los. Geht euch jetzt auch fünf Schuss, oder? Ja, alles klar. Kann man auch echt mal einfach in die Luft ballern. Das ist egal. Weil, ähm... Ich bin sowieso wahrscheinlich tot zuvor. Da vorne habe ich was gesehen. Ja, ich habe doch hier einen. 31 zieht die ab. Komm, guck nochmal. Schlechter Schuss. Dein nochmal von der Seite rum. Wow, wow, wow. Auf die Entfernung. Nicht so geil. Wow, wow, wow. Panzer auf die Entfernung. Auch nicht so geil. Hör doch mal auf. 81 mit drei Treffern. Du Fickfotze! Ich will nochmal kurz gucken. Also, ich habe jetzt die hier. Streuung ist halt... Aber ich weiß immer nicht, warum sollte Streuung besser sein? Scharfstützengewehr will ich ja gar nicht. Eigentlich doch alles gut, oder? 50. Was hatte ich vorher? Keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, was besser ist. Ich, äh... Verstehe die ganzen Werte nicht so ganz. Oh, drei ist doch zu viel. Drei ist zu viel. Habe ich gerade gesehen, ey. Da zoome ich ja sonst wo hin. Fuck. Drei ist zu viel. Mal schnell anpassen. Mir reicht dann doch das Zweifach. Die Zweifach-Visierung. Oh ja, fahren wir beim Panzer mit. Ist ja auch nicht so schlimm. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Ich sehe nichts. Da drüben, feindlicher Speer. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Ich habe mir Zeit zum sterben. Ja, von hier kommt doch eben gerade ein Schuss. Ach, egal. Das ist auch klar. Irgendwo wird doch von hier oben runtergeballert. Irgendwo da oben sitzen noch Knippen. Komm in das Kampfgebiet zurück. Ich höre doch. Typen. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Wo kassier ich den gerade? Einsatzziele erobert. So. Wartet, bis die feindliche Artillerie das Feuer einstellt. Bist du verletzt? Geil. Schießt ganz cool, das Ding. Man muss sich nur erstmal ein bisschen reinfuchsen. Wie das Schussverhalten ist. Geht ganz gut ab. Wie steht es denn allgemein? Acht Kills. Na ja, gut. Da geht auch noch mehr. Sehr schön gerade schießt die. Alte Kacke. Feindliche Artillerie gesichtet. Ein getroffen. Der muss doch mal spieren. Oh, getroffen. Im Lauf. Blöde Sau. Oh nein. Ich habe echt keine Muni mehr. Das bin ich ja gar nicht. Boah, der Floka. Der rettet mich nicht, ne? Der Sanitäter, der in der Nähe war. Ne, der ist hin. Wie geil ist das denn? Schmeiß den Garnat dagegen. Springt der vor. Das war witzig. Ich hatte keine Muni mehr. Oh, Gegner eliminiert. Leichter Panzer. Alles kaputt. Lade nach. Von. Ach, scheiße. Links von der Seite. Aber hier, du bist Sanitäter. Kannst du mich nicht retten? Hallo. Sunny. Danke. Okay. Pech gehabt. Sprengsatz an Einsatzziel Albert. Platziert. Nö, nö, nö. Sag mal, nicht unter Beschuss. Lass mich mal da rein. Hier. Erste Hilfe zu dich. Vertippt mich immer. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Ah, du fucking Sniper. Ah, du fucking Sniper. Blöde Sau. Blöde Sau. Das hast du jetzt davon. Komm in das Kampfgebiet zurück. Ich weiß nicht, dass er nicht hält. Da. Granat ist raus. Aufpassen. Die Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Okay, den haben wir. Boah. Erschreckt mich nicht so. Hi. Ja, ich, äh, vergleich los. Alles klar. Oh, ihr habt's vielleicht gerade gehört. Ich muss, wie es aussieht, meinen, meinen Sohn aus dem Kindergarten holen. Mache ich, mache ich über die Runde noch fertig. Ist ja nur noch ein bisschen. So eine Kacke. Ich gehe mal ganz stark davon aus, ohne dass ich es weiß, dass es nicht gut geht. Wisst ihr, wenn man so blöde Kinder hat, das hat man leider immer wieder. Ja, man, erste Hilfe. Oh, da ist einer ausgestiegen. Pisser. Ah, das lässt mir jetzt keine Ruhe, Leute. Dann kann ich einfach letztes Leben. Okay, ich bin hin. Dann kann ich leider echt nicht weitermachen. Es tut mir leid. Wenn die Familie ruft, hat der Papa zu hören. Dann hole ich den jetzt ab. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Komisches Video heute, oder? Ich hau es trotzdem mal raus. Damit man sieht, wie cool meine Skills mit der neuen Waffe sind. Nein, keine Ahnung. Es tut mir leid. Hau rein und bis dahin. Ciao, ciao.